Guten Morgen meine Hübschen und einen wunderschönen Sonntag für euch. Ich habe gerade sowas von gute Laune, aber die habe ich ja meistens immer. Die meisten haben mal mitbekommen, dass wir im Sommer wieder für Goodbye Deutschland eine neue Folge gedreht haben. Und jetzt geht das sowas von rasend schnell. Denn nächste Woche Freitag am 4. November, 20.15 Uhr, Vox, flabbern die Heines wieder über dem Bildschirm. Also wenn ihr wissen wollt, was momentan gerade in unserem Leben so abgeht, was in letzter Zeit so abgegangen ist, was in Zukunft alles geplant ist, Freunde einfach einschalten. Nächste Woche Freitag, 4. November, 20.15 Uhr, Vox, Goodbye Deutschland. Yes!